Willkommen. Wir sind's wieder, die Lisa und der Sascha, mit, wo ist er, der Emma, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hannover, Hannover, irgendwie Richtung Hannover, zu unserem Irland-Fotow-Kennung, quasi. Wir haben das jetzt nicht warm verschlagen, weil wir, den Stau. Tada! So haben wir Kisi und Thompson eingeholt. Da fahren sie! Oh! 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 Schöne Schenke! Wenn die Möne ist, ist es ein Supernatural Delight. Everybody's dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the Moonlight. Everybody's dancing in the Moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fire. Nee, Butterkuchen. Ei. Wie bringen die Aufkleber auf? Die Stauber. Kann man Pupukuchen? Wo ist der Sohn? Äh... Wollen Sie mal die Aufkleber angucken? Oh, da steht jetzt Jupon. Ist das gut? Den Jupon kriegt Caro in Rafa. Jawohl. Karaffolin. 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 Mach dein Kopf! Mach dein Kopf! Ich bitte eh Zigaretter neben mir. Oh Gott, mein Herz. Oh, das ist gut. Danke Bommes. Noch mal einer Bommes nachschütten bitte. Ich bin ganz gut soweit. Die Kyrox hat uns einmal direkt das Auto leer gezogen. Und deswegen geben wir jetzt ein bisschen Starthilfe. Das ist der Rafa mit dem Auto von der Caro und dem Tomsi. Und dem experimentellen Starthilfe-Ding. Ding. Hey Boris! Jetzt geht's mit dem house. Das ist die Rafa mit dem Auto. Das ist die Rafa mit dem Auto. Das ist die Rafa mit dem Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen! Wir haben ca. 8.20 Uhr. Was machen wir heute? Was mache ich heute? Kesi muss ja zu Hause bleiben, der Pflegung hat abgeholt. Ich verbaue gut erhaltene Bremsscheiben hinten. Warum nicht inbelüftet? Ich bin jetzt so der Freund von inbelüfteten. Die setzen sich ziemlich schnell zu mit Schlamm und sowas. Ansonsten Radlager muss ich heute machen. Und die Achsentlüftung enden. Also nach gefühlten 3000 Ampeln sind wir auch mal in einem Baumarkt angekommen. Es gibt immer was zu tun. Lassen wir es liegen. Da ist der Holger. Der baut uns den Innausbau. Also ich sag mal nicht, dass er hilft. Ich glaube, er baut es uns. Rafa hat alles ausgemessen. Und ich war mit der Caro diese Woche noch bei der Zoe zu Hause und wir haben uns ein bisschen irischen Input geholt von ihrer Mama. Das war's. 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 Der Kursletterulation. Das war's. Kursheen. Ja, 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 richtig. Käse? Und für den Klugscheißer? Ja, das... Irgendwas Kult-Porkrabenes vielleicht. Finden wir. Ingen. Das heißt, I love you. Okay. Ich liebe dich. In Irish. In Irish. In Irish. In Irish. To. Me. I. No. Yet. Da. Tommy Grolet. Tommy Grolet. Tommy Grolet. Tommy Grolet. I'm in love with you. I'm in love with you. Malcolm Gordon. You're at the left behind. Oh my. Oh my god, seriously. It's out there. Wir waren Tic Tac To Fans und wir haben immer Tic Tac To gehört. Und dann kann man sagen, ich finde ich scheiße. Wo mag denn nur der Sven sein? Verwirkt. Er ist weg. Das ist auch sehr witzig. Ich kann nicht die Böber, ich kann nicht die Böber. 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 Ich kann nicht die Böber, ich kann nicht die Böber. Ich kann nicht die Böber, ich bin die Böber. Ich kann nicht die Böber. Ich weiß nicht, wie in den Böber correlation ist. Ich schätze, Mama. Ich kann nicht die Böber. Ich weiß nicht, ob die Böber. Ich weiß nicht, ob die Böber. Kommt es dir? Schade, dass man den Geruch nicht aufnehmen kann. Ich bin Baumarkt-Fetzler. Baumarkt ist nice. Vor allem finde ich es spannend, dass man Schals und Kissen in der Tapetenabteilung findet. Und neben Schrauben Farbrollern sind. Und neben Karabinerheken Duschvorhänge. Ich finde das mega praktisch. Die haben sich echt Gedanken dabei gemacht, wie man Leute richtig verwirren kann. Das ist quasi ein Zwang zum Frustkauf. Man sucht irgendwas, findet es nicht und dann muss man irgendwas kaufen. Und dann kommt man mit. Und zufällig kommt man an Pflanzen vorbei und Duftkerzen. Ach nee, das war ich hier. Murphy macht es vor. Wir sind hundemüde und es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Ihr seht, es passiert super viel. Ich habe wahnsinnig viel Videomaterial. Ich komme kaum noch hinterher beim Schneiden. Weil wir natürlich so viel an den Autos basteln und packen. Und das muss natürlich alles fertig werden. Ich hoffe, dass wir nächste Woche, wenn es dann endlich losgeht. Ja, nächsten Freitag geht es los. Nicht so müde sind wie Murphy jetzt und dann auch losfahren können. Aber ich bin guter Dinge, weil die Vorfreude ist so groß. Wir halten es kaum noch aus. Endspurt läuft. Hallo. 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 Hance. To take a life, our hateful lies To listen once again Cause we find ourselves in the same old mess Sing a drunken lullabies Cause we find ourselves in the same old mess Sing a drunken lullabies Sing a drunken lullabies Sing a drunken lullabies